Wie ihr wisst, das Thema Klimawandel ist ja ein ganz wichtiges für uns alle. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie eigentlich jeder Einzelne von uns ein bisschen was machen kann. Und wenn ihr euch jetzt einmal so überlegt und durchdenkt, was eure Eltern vielleicht zu einkaufen am Wochenende, dann wisst ihr habt einen großen Einkaufswagen und da ist alles Mögliche drinnen. Was ihr euch jetzt anschauen werdet, ist, wie ernähren wir uns eigentlich wirklich so? Wie unterscheidet sich das auch von Land zu Land? Wenn ihr euch zum Beispiel anschaut, ich glaube, es wird einige große Überraschungen für euch geben. Mexiko zum Beispiel, werdet ihr euch sicherlich sehr genau anschauen. Wie essen eigentlich die Leute in anderen Ländern so? Wie unterscheidet sie das? Ist das ähnlich wie bei heute? Da könnt ihr euch überhaupt diese Mengen vorstellen. Also alles was ihr seht, ist immer nur für diese Familie für eine Woche. Okay. Das ist teilweise sehr, sehr überraschend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir wollen den Kindern zeigen, hier bei dieser Veranstaltung, wie in anderen Ländern gelebt wird und auch die örtlichen Gemüsesorten und so weiter können heute die Kinder hier vergrößt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.